ok jetzt kommt ein kapitel die ich gar nicht zu gehen mag die grausame absichten ja ich habe schon heute angefangen die parts zu design ich versuche es zu design mit hintergrund vielleicht kommt ich auch noch dazu aber mit musik muss ich extrem aufpassen wie dem urheberrechtsschutz und deshalb immer schritt für schritt und langsam zu langsam hier hängt ein neues bild das war davon nicht da fällt gleich gar nicht mal auf vier person das linke ist scheinbar wie ist ihr nicht leslie sondern ruhig ich denke mal dass sie ruhig ist mutter vater freundin schwester keine ahnung hauptschule komplett vergessen gut gut wie das mal an deshalb sollten wir sie stets fliegen ja ich habe mich gut zerschrocken aber auch nur weil bei mir ist jetzt schon klar vielleicht elf uhr ich ja 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 nicht nur mich selber ich hoffe es kommt nicht schon wieder ein oder ist ja das habe ich bereits alter es geht nicht schon wieder los ist jetzt ist brandneu frisch frisch gekauft also mein bruder hat es wird geholt geholt meine stimme sind nie ganz klar eine zeichnung ist auch sehr neu blumen sonnenblumen ok falsche seite aufgemotzt haben wir endlich mehr sprint aussah sehr sehr wichtig eine raube schwarz weiß als ich von mir das ist im spiel es wird gleich wieder farbig keine sorge es hat sich von alleine bewegt gerade eben jetzt laufe ich noch mal schnell zurück denn hier befinden sich ein klipper und ein paar kisten und mir nicht jetzt hoffe ich nur keine schlüssel vergessen ok nachdenken denken 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 schlüssel 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 ein paar weiß ich noch und ja ich habe wirklich einige karten abschnitte vergessen was heißt vergessen verpasst unabsichtlich ich habe wirklich sehr gut wie es geht versucht sie zu finden war einfach wirklich nicht gefunden weil wir sowieso die akuma modus jetzt plan da mache ich dieses mal auf 100 prozent die die normalen musik es ist jetzt schon ziemlich egal ich habe die hälfte verpasst auch die notiz habe ich paar scheinbar vergessen habe ich sie noch mal nachgeschaut und ja mein gesicht ist wirklich kompetrot das liegt nicht in der kamera warte das haus habe ich schon mal gesehen ich war hier zwar noch nie aber ist das nicht wo wir kurz die spiegel da rein hin und her gehen ist es nicht dieses haus neee schmalen ich ziel kein schmalen jungen alles durchsuchen das erste und gleich erste statue hängt mich hier auf baum genau nein nicht mit polzen meint auch sehr schnell verpasst war passbar babel richtig sprechen leute meine stimme sollte wieder komplett im eimer ok sie ist der denn drunter ist klipper nicht mehr die bänke noch durchsuchen aber erstmal auf der mauer und das dauert am längsten hier draußen gibt es nur eine statue wirklich nur eine gerade zwar noch mal durchs durchsuchen und ich war mir sicher dass sie eine gibt und sonst ist es mein fehler klipper klipper bevor bevor wir hier reingehen richtig erst mal ausdruck gehen ihr könnt auch die gegen vorspielen kein problem aber ja war die entscheidung nicht mehr müsst ihr wissen so noch ein paar schrauben war hier noch nicht ein kartenabschnitt ich war mich sicher war ihnen also kartenfragment nicht kartenabschnitt fragment scheinbar nein oh sie ist die munition und noch mal zu info immer erst raus durchsuchen ah süßte klipper wenn man einmal die situation reingeht kann man nicht mehr hinaus dann ist man hier drin eingeschlossen wenn man sicher ist dass man alles durchsucht hat dann geht mal rein ist sie nicht noch ein muni hat nur so ausgesehen hey halt verdammt ich habe mich schon einiges notiert von damals noch aber die sich und nun diese stelle das ist wirklich wir werden einige male wirklich mehrfach hier reingehen speichern raus speichern raus speichern raus immer wieder auch im akuma modus war hier wird da eine typ hier kommt ist man mit einem schlag tot da kommt man nicht mehr raus man sitzt hier fest ausschnitt aus der krimson post krimson post und dann ist alles trocken ich habe es gewusst sollten sie nicht vielleicht ihr grünes gel benutzen sollten sie nicht vielleicht ihr grünes gel benutzen nein fräulein ich spare es mir leichen nahe landhaus gefunden ok missing ruben vermisst ruben viktoriano erstmals schlüssel mach die türe auf mach die türe auf mach die türe auf mach die türe auf so ok hier wieder auch noch ein muni sehr gut ja fein ok die rand sind offen hier jawohl 1.000 klipperl bis jetzt ist nicht ein wir sparen 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 speichern auf ja kaum es kann sein dass bei mir nicht sofort auf 27p hoch geladen wird bei mir dauert es immer ein bisschen unser internet ist ja nicht das beste also ja bitte verzeihung falls ihr gleich 27p schlucken wollt und es nicht gleich rechtzeitig da ist dafür kann ich nichts aber ich versuche dennoch mein bestes notiz aus esszimmer im anwesen mhm lange tigst bombe sehr gut du brennst hier mal schön du brennst hier mal schön oh ne vorsicht noch mehr bomben vorsicht noch mehr bomben hier sind das mal viel zu viel krach das könnte der eine typ da führen jawohl jawohl was haben wir hier schon zu spät ich bin tot ich bin tot der kommt einfach so und bringt mich um genau 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 deswegen hasse ich diesen kapitel und damals war und damals war ich wirklich froh wo ich es 100% und alle trophäen geschafft habe ja ich habe hier die platin ja ich habe hier die platin trofäe ja ich habe hier die platin trofäe noch mal glück als vorher die kiste lasse ich jetzt mal da oben ist eine statu schnell mitnehmen auch den klipper was haben wir hier gehirn nummer 1 proband nummer 58 test 92a elektrodenplatzierung an 33 der schmerzregion wirkungslos erwarte bessere ergebnisse mit stimulation von sektion f7 der neocortexregion für einwilligung übernahme des probanden nummer 50 erfolgreich individuelle züge zum teil noch vorhanden ich hoffe bitte richtig ok sehr gut was habe ich denn jetzt angeleiert ist das ein eigenes ich bin beeindruckt warum sind sie zurück ich habe ihnen keine erlaubnis gegeben komm wir sind doch beide wissenschaftler wissenschaftler streben doch stets nach wissen und erkenntnis zeig mir deine experimente ich kann dir auch vieles beibringen sie würden sie nicht mögen sie fänden sie ekelhaft in der wissenschaft muss man jede menge dinge tun die laien abstoßend finden ich habe auch schon vieles getan das für andere geschmacklos ist sie denken ich bin sowas wie ein monster du machst dir viel zu viele gedanken um dein äußeres dabei ist doch dein verstand das was wirklich zählt das ist marcelo ist der andere ruhig das sind wir wirklich nur einmal an falls wir jetzt sterben da wieder hier hier sind laufen wir einfach weiter da kommt eine ach nein wie taugt mich ja also das ist das ist wirklich asozial das ist asozial wie soll man da rechtzeitig verstecken wie der kommt jederzeit wann und wo immer wieder es gibt keine tipps wie man das gleich bemerkt na prima was habe ich denn jetzt angeleiert ist das ist das super der achs ist auch weg da tauchte wieder nichts auf schlimm wirklich deswegen ich hoffe ich stört euch nicht im geringsten gehe ich immer wir hier hin und speichere immer wieder das mache ich dauerhaft wirklich weil ich denke auch nicht dass ihr lust habt immer wieder das gleiche zu sehen glaube ich weniger womit sehr gut mann man mann 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 speichern immer und immer wieder große klasse und dieses kapitel zweck ist das einzigste was einen nerven kann der rest ist machbar das ist kein problem nur dieses kapitel ob das gleich noch mal scheint die selbe rote flüssigkeit zu sein dann erst einmal oben ich zucke schon immer zusammen schreibmaschine bombe nein zu langsam ja das war klar ja genau man kann auch nicht mal abhauen nichts daran habe ich gelitten damals als dieses abend von anfang 2019 wo ich das erste mal gespielt habe nicht mal blendbolzen oder was was einige mal versucht haben und dachten es funktioniert wirklich nein blendbolzen munition alles umsonst das ist gleich noch mal Nice. Wenn man da keine Angst zu stehen bekommt, dann weiß ich es auch nicht. Dann bin ich auch sehr, sehr... Warum kann man die nicht verbrennen? Man brennt jetzt. OBSafe Zahnrad. Nein, runter. Ich muss noch mal speichern. Boah. Nee, ich geh erst wieder ein. Ein wichtiges Projekt Nummer 1. Geht es Ihnen nicht gut? Ja, mir geht es nicht gut. Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Hm. Als voller Typ ist man wirklich... ...nicht sicher. Egal was man tut. Egal was. Sparen. Speichern. Das müsst ihr nämlich auch, wenn ihr das wirklich zockt. Speichern hin, hier, hin, hier ist wirklich wichtig. Auch wenn es nervt. Klar. Für mich ist es auch nicht gerade... ...spaßig. Aber sicher, sicher. Aber sicher, sicher. Es könnte dieses Mal länger... ...als 30 Minuten dauern. Ich möchte das hier drin bringen. Ja. Ja, genau. Als ob du da steht. Verpiss dich. Ja, genau. Als ob du hier bist. Jetzt verpiss dich, Junge. Verpiss dich. Oh. Oh, es geht doch. Man muss ausweichen. Tu mir das bitte nicht. Hier oben befindet sich auch... ...eine Statue. Die man sehr schnell verpassen kann. Mitnehmen. Okay. Das sind... ...ein Bild. Ein, zwei. Wird jetzt nochmal auftaucht. Jetzt Kasper unebel. Mein Puls ist auf. Gefüllte 80.000. ...sind. Gefüllte. Friss. Kannst lieben gerne essen. Notizbuch. Aus. Ruwigs. Zimmer. Okay. Seht und lustig aus. Man, ich bin gerade so... ...so krass angespannt. Ohne Schmarrn. Midi-Pick. Nein, keine Flosche. Ein Ochst. Okay. Nein. Nein. Ich wollte jetzt zu schlau. Okay. Ich trau mich nicht. Trinken. Ich muss das jetzt gleich hundertprozentig nochmal tun. Ohne Schmarrn. Okay. Kartenfragment, Klippe Oh nein Nein Mann Noch einmal Ach Alter Warum trifft er das nicht? Der Scheiße Jetzt wird es so schön gegangen, so schön und er trifft nicht Er trifft einfach nicht Jetzt brauche ich nochmal die Nerven Habe ich jetzt das umgespeiert? Ich glaube ja Ich hoffe ja Ich spreche das Ziel weg Ich spreche das Ziel weg Mein Puls Kann ich euch echt nicht sagen, wie oft mein Pulshalle steigt Mitnehmen Das gibt's ja Ich würde liebend gerne oben rechts meine Pulsliste aufsteigen Und noch einmal Jawohl Scheiße Erstmal mache ich das hier, dass der Shitpoint da ist Dann hole ich die Statue Mein Herz Klopf, 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 klopf Nochmal Durch Probant Nummer 12 Test 71b Elektronenplatzierung A2 Stimulation der Amygdala Ursprung der Emotionen und Erinnerungen Das Angstzentrum Nein Nein Bitte nicht Nein 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 Probant fühlt nun wie ich Doch dieses Gefähr ist viel zu schwach, um dir seelische Belastung zu überstehen, dich täglich erfahren Fungivier hier Nein 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 Das ist doch, oder? Nein Ach Nein hier alter hoppla das verstehe ich mich sonst also immer dann wo es rot ist ich habe es richtig aufgezeigt dann hier im akubo modus schwiertot ok das war jetzt mein fehler gott rollpunkt geil oh vater, wenn du nur wüsstest wie erfüllend ein gesichtsausdruck ist hast du gedacht dass ich mich in luft auflöse aus den augen warst du es sehen hast du das hast du nicht wahr nun du bist mir nie ich hoffe ihr seid stolz auf euch mir nicht ok sicher sicher Stimulation der cortikalen Region mit maximaler Frequenz hat sich als wenig wirksam herausgestellt Die Probanden schreien und schreien, aber sie sterben so schnell Die individuelle Einstellungen zeigen bessere Ergebnisse Ich habe sie gefragt, wie ich mich konzentrieren sollte Angst, Hoffnung, Entschuldigung, Vertrauen, Neid Drei davon sind von zentraler Bedeutung, doch welche öffnet die Tür? Ich wollte sagen, die bewarte ich hier Luma Ich bin ein bisschen nur noch bieten oh mein gott ist das ein gutes gefühl leute ja ich kann mir erwartet geil omat speichern ich muss jetzt nicht mein blutdruck wissen nein möchte ich jetzt nicht jetzt nicht nur noch eine gesagte stelle ich hoffe ich habe ja alles beginnung sonst ist sich echt alt aus als ich eine schlusslich beginnung doch 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 ich gehe es an vorsichtshalber aber klein ist aber bisschen angst das jetzt gleich noch einmal auftaucht der psychokiller tutorial archiv was habe ich jetzt ja sie ist 56 19 ob ich schon mal verpasst was sonst nicht gar nicht mehr so schlecht ok 1 6 geht noch ab ok Ach, nö. Komm. Ah, er hat mich gesehen. Nein. Verpitze mich nicht. Du sagst sie. Geh da rüber. Geh da rüber. Und stirb. Verritte. Ich sage, ich verstirb. Danke. Du bist eh schon tot gewesen. Also bleib auch bitte liegen. Oh, Mann. Wenn das Zuschauer sehen könnte. Wahnsinn. Aber so viele hauen ab. War wie ich zu einer wieder gekommen. Ja, ich kann nicht verstehen, warum das eigentlich ab war. Aber ich kann nicht so viel durch meine Stimme. Das ist leider mein Handicap. Tut mir leid. Aber ich versuche mein Bestes. Eieieieiei. Sehr gut. Ich kann froh sein, dass ich überhaupt noch irgendwas kann. Und mein Wunsch war ja auch, ähm, Gamer, YouTuber zu werden. Ich suche halt immer noch mein größter Wunsch. Aber wie ich gleich so ein großer YouTuber wäre, ist leider nur Glückssache. Ach, komm, morgen geht wirklich nur eins ab. Notiz aus Musikzimmer im Anwesen. Eins geht ab. Das heißt, ich habe wirklich eins verpasst. Oder? Ja. Äh, Mann. Wenn das mal nicht ärgerlich ist. Wenn das mal nicht ärgerlich ist. Und nochmal speichern. Ah, okay. Ich glaube, weiß da schon wo. Nochmal die eine Treppe da hoch. Ja, ja. Der besorgte Typ also. Gefällt mir zwar gar nicht, aber es muss sein. 100% ist 100%, obwohl das jetzt nicht wickelt. Leider. Du bleibst ja woanders. Aber ich habe das jetzt doch mitgenommen. Doch, das ist in der Mitte. Hier. Ja, weil ich habe es doch wieder vergessen. Siehste. Unteres Safe. Zahlenrat. 0-9. Da sind zwei. bei google 2 Auf, 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 auf. Auf, 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 aufkriegt. haben sie etwas vergessen habe ich meine dame jetzt sollte ich alle schlüsse in diesen kapitel normalerweise eingesammelt haben normalerweise deshalb auf nutzen schrotmoni qualenbolzen qualenbolzen vor allem spritze streichelze habe erstmal die sirfe kanaden braucht man nicht unbedingt scharfschütze schrot ok kälte schock ach nein halt hier feuerrate magazin genauigkeit kritisch genauigkeit feuerrate und nachladen schwindigkeit sehr gut perfekte speichern ich denke der kälte mich jetzt gleich noch mal könnte auch schon mal drauf einstellen aber man kann nie wissen jetzt kann ich wenigstens mehr spritzen mit ihm es heilt auch viel mehr gut ja jetzt darf ich mich etwas beeilen ich zähle ich zähle schnell das letzte gehirn proband nummer 14 test 88c vorbereitung limbisches system dritter versuch elektrodenplatzierung c4 stimulation des zingulären kortex das zentrum der hoffnung befeuerung der hoffnungsachse verbessert das beherrschen des probanden aber es ist noch nicht ausreichend ok ich denke mal sehr viel jahres muschend auszeigen da dürfen wir mal nicht hier nicht hier aber es wird auch aufgezeichnet ich hoffe es stimmt ungefähr hier doch mal ein schwein gehabt und nochmal für die wo nicht 18 sind bitte raus aber die wo es nicht ausmacht kein problem ist nicht meine verantwortung weil es doch ein bisschen brutal zugeht und warum sollten wir spenden hat die klinik irgend etwas von wert hervorgebracht deine familie hat bisher immer einen großzügigen beitrag geleistet wo sind deine eltern sie sind weg wann kommt sie zurück gibt es sonst noch was zu besprechen doch ich wollte dich darüber informieren dass die klinik dir nicht länger unterstützung und materialien zur verfügung stellen kann du wirst deine forschung kaum aufrechterhalten können wie kannst du es wagen hierher zu kommen und mir zu drohen gute frage speichern ja genau was machst du hier gibt es irgendwelche probleme die ich dir helfen kann schlägt er die klinik ein wo sie schon offen ist oder aber auch zeit sehr gut bevor wir hier reingehen speichern und da geht es in der nächsten folge weiter oh mein pols auf 1000 da ist nämlich mal ein sehr frohes pols ich hoffe es geht dann entspannt also ein bisschen entspannter weiter nicht zu stressig aber ich glaube es kommt noch irgendwas grausames und sonst bleibt da abonniert diesen kanal auch wenn ich manchmal blöde kommentare abgebe das macht jeder youtuber mal und sonst bis bald hier ich habe sie extra aufgeschrieben man sieht es kam also aufgezeichnet hoppata so bis gleich und ciao bis gleich